Hey Leute ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was mitgebracht von Brooks. Der erste Brooks den ich teste und habe ich direkt den Glycerin in der Version 21 mitgebracht. Den gibt es ungefähr seit drei vier fünf Monaten, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den sehr sehr ausgiebig getestet. Das ist ein Laufschuh, der hat eine gute Tradition und ist eine total schöne Weiterentwicklung vom Glycerin 20. Der tritt an in der Kategorie der Dämpfungsschuhe. Das sind also Schuhe die sind möglichst weich, für relaxte und gemütliche Läufe geeignet. Man sollte sich also sehr sehr komfortabel und schön wohlfühlen in dem Schuh. Von den technischen Daten her ist der hinten 31 Millimeter hoch und vorne 21. Der ist also ganz klein wenig gewachsen, was die Aufbauhöhe betrifft im Vergleich zum Vorgängermodell. Der Drop ist also, die Sprengung ist also 10 Millimeter, wie immer auch beim Vorgängermodell gewählt worden. Kostet genau wie vorher 180 Euro. Wiegt in der Mustergröße US 9 bei mir hier 280 Gramm auf der Küchenwaage. Wie gesagt, tritt an in der Kategorie der sogenannten Dämpfungsschuhe und vom Schaum her muss man sagen, der hat einen Schaum, der nennt sich DNA Loft Version 3. Sehr sehr ähnlich dem Vorgängermodell. Ist also sehr sehr schön weich und komfortabel, aber man versinkt nicht mit dem Fuß in diesem Schaum drin. Also die Leute, die sehr sehr weiche Schäume mögen, die sind hier nicht so gut bedient, aber die den Schaum so mögen, dass sie schön weich und komfortabel untergebracht sind, ja, aber nicht im Schaum versinken. Die sind hier richtig eingeordnet. Ja, bevor wir jetzt zum Obermaterial kommen, zeige ich euch mal ein paar Bilder und gleich geht es weiter dann. Ja, wenn wir uns jetzt mit dem Obermaterial beschäftigen, dann sieht man auch gleich eine der ganz, ganz großen Stärken von dem Schuh. Das Obermaterial ist wirklich super. Das zeigt meines Erachtens wirklich nur eine Schwäche, da gehen wir dann gleich drauf ein. Das ist so ein Meschmaterial, der etwas, ja, ich will nicht sagen wärmeren Sorte, der komfortablen Sorte. Das heißt, das ist relativ wenig atmungsaktiv, ganz jahresgeeignet, auch für Regen und Kälte. Und wie gesagt, es ist doch, fand ich, relativ warm ausgelegt. Das hätte man ein bisschen besser in den Griff kriegen können, finde ich, mit ein bisschen weniger Obermaterial, ein bisschen mehr Luftdurchlässigkeit. Vorne die Stabilelemente, die sind super und die bringen dann auch direkt einen gewissen guten Sitz im Vorderfußbereich. Die Zehenbox ist sehr, sehr hoch, schön breit, also auch top, was den, was den Sitz des Fußes betrifft vorne. Die Zunge ist tatsächlich im Gegensatz zu ganz vielen anderen nur vorne befestigt und nicht an seitlichen Elementen noch. Das hat natürlich auch den ganz großen Vorteil, die ist sehr, sehr flexibel einsetzbar und bietet später dann auch einen sehr, sehr guten Einstieg. Die Zunge ist relativ dick und schön gepolstert, ganz auf Komfort und Gemütlichkeit ausgelegt. Die Schnürken, da gibt es auch überhaupt nichts auszusetzen. Die ist sehr, sehr schön gelungen und wie gesagt, ich habe schon gesagt, der Einstiegsbereich, der ist wirklich nur super gut gelungen, wie gesagt, weil die Zunge sehr flexibel ist und seitlich nicht befestigt. Der Schuhkragenbereich ist schön gepolstert, geht auch relativ weit runtergezogen, diese Polsterung. Genauso im Achillessehnenbereich ist die Polsterung sehr, sehr schön gelungen. Also weder im Schuhkragenbereich an den Seiten des Fußgelenkes noch hinten in der Achillessehne sollte es da irgendwelche Probleme geben. Die Schuhkappe ist extrem stabil ausgelegt. Wenn man hinten feste draufdrückt, dann verbiegt und verwindet sich der Fuß bzw. der Schuh schon mal. Das heißt also, hier ist wirklich eine sehr, sehr hohe Stabilität mit eingebracht worden. Geht natürlich auch dahingehend, weil die Schuhkappe schon etwas weiter runtergezogen ist in den Mittelsohlenbereich. Generell muss man sagen, super schöne Weiterentwicklung, sehr, sehr ausgereiftes Obermaterial, sehr, sehr guter Sitz. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass das für mich minimal zu warm ausgelegt ist, das Material. Das hätte man ein bisschen verbessern können. Kann man vielleicht in der 22er-Version machen, aber von daher super gut gelungen. Wenn wir über die Mittelsohle sprechen wollen, dann sprechen wir über die Technik aus Sicht des Leichtathetik-Weltverbandes, sprechen über die Schäume, über das Abholverhalten und ziehen noch mal ganz kurz ein Fazit. Bei der technischen Sicht vom Leichtathetik-Weltverbandes muss man ganz klar sagen, der Schuh ist regelkonform, das heißt, alle Auflagen werden entsprechend erfüllt. Bei den Schäumen ist es so, hier wird ein Schaum verwendet, der heißt DNA-Loft-Version 3. Der wird auch im Vorgängermodell schon benutzt und der hat sehr, sehr spezielle Eigenschaften. Der ist flexibel, dennoch stabil, ist weich, aber nicht zu weich und ist wirklich sehr, sehr schön langstreckentauglich und hat eine ganz, ganz tolle Dämpfung. Also von daher sehr, sehr schöne Eigenschaften für einen Dämpfungsschuh auf jeden Fall. Was das Abholverhalten betrifft, muss man sagen, hinten ist der Rocker eigentlich nur wirklich angedeutet. Dann folgt eine ganz, ganz lange Lauffläche, die wirklich waagerecht auf dem Boden aufliegt. Ungefähr 60% ist der Gesamtlänge und dann kommt noch mal ein Abrollverhalten nach vorne, was sehr, sehr natürlich, aber auch nicht übertrieben dargestellt ist. Das heißt auf gut Deutsch, der Schuh ist wirklich für diese relaxten Läufe, für die Entspannungsläufe richtig schön geeignet und konstruiert. Und insgesamt muss man sagen, die Leute, die den weichen Schuh mögen, die aber nicht mögen, wenn man da durchhängt im Schuh selber, die einen flexiblen, aber dennoch stabilen Schuh lieben, die sind hier sehr, sehr gut bedient. Der ist langstreckentauglich, auch übrigens sehr, sehr gut, was die Haltbarkeit betrifft. Die Aufsatzhöhe hat sich ein bisschen was vergrößert gegenüber dem Vorgängermodell. Also von daher, ich würde sagen, für einen Entspannungsschuh, für einen Dämpfungsschuh ist der richtig gut gewählt worden. Also der grenzt schon an eine sehr, sehr ausgereifte Serie, das muss man echt sagen. Bei der Außensohle kommen wir direkt zu einem super tollen Sahnestück vom Glycerin 21. Direkt fällt hier auf, hier ist von vorne bis hinten eine relativ dicke Rille gezogen. Die dient der Flexibilisierung dieser Außensohle und ist auch tatsächlich in der Wirkung super schön gelungen. Das passt echt sehr, sehr schön. Als zweites gebe ich euch immer Abmaße von der Außenbreite hinten und vorne. Ich habe euch auch mal zwei Modelle zum Vergleich angegeben. Das sind keine Konkurrenzmodelle. Die zwei spielen in einer ganz anderen Liga. Was ich sagen wollte damit aber, ist nur, dass dieser Schuh auf einer sehr, sehr breiten Außensohle gestellt worden ist und deshalb natürlich auch eine große Stabilität bietet. Also die Leute, die einen stabilen Relaxing-Schuh suchen, Dämpfungsschuh suchen, die sind hier super gut bedient. Dann sind hier fünf Gummielemente aufgebracht. Die sind sehr dick in der Wirkung. Mit dieser flexiblen Außensohle verleihen die auch noch eine gewisse Stabilität. Die sind sehr, sehr griffig. Die sind sehr, sehr dick und sehr, sehr gut haltbar. Das heißt, da gibt es auch keine Probleme. Die sind, glaube ich, drei Millimeter dick, habe ich mal kurz gemessen. Von daher passt das auch sehr, sehr schön. Das heißt also, Verschmutzungen oder Steine sammeln sich hier kaum und werden entweder rausgetreten oder sind kaum störend. Wie gesagt, Haltbarkeit ist wirklich super. Das war allerdings auch bei den Vorgängermodellen eigentlich schon sehr, sehr gut. Und selbst bei kritischer Betrachtungsweise muss ich hier immer noch 100 Prozent geben. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Also echt sehr, sehr gelungen. Ja, beim Fazit vom Glycerin 21 ist das total einfach. Das ist echt ein sehr, sehr gelungener Schuh. Hat nur eine einzige Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich negativ bewerten. Ihr wisst ja mittlerweile, ich bin ja wirklich immer sehr, sehr kritisch auf der Suche nach den Punkten, die man auch auf die Negativseite schreiben muss. Und da fällt mir tatsächlich in dem Schuh hier nur eine Sache ein, nämlich, dass das Obermaterial für mich persönlich relativ warm ist. Das hätte man ein bisschen besser machen können. Alles andere ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ein Sahnesstück ist hier die Außensohle. Die ist schön flexibel, dennoch recht stabil. Das ist super gut gelungen. Wenn ihr also einen Schuh sucht, der relativ komfortabel gedämpft ist, schön gedämpft ist, langstreckentauglich ist, weich, aber nicht zu weich ist, langstreckentauglich, dann seid ihr hier genau auf der richtigen Seite. Das heißt, ihr könntet hier den Schuh in die Rotation einsetzen für lange, gemütliche Läufe. Schwere Läufer und Läufer, die etwas längere Einheiten ganz relaxed machen wollen, sind hier wirklich super gut mitbedient. Probiert den mal an. Es könnte sein, dass der für euch in Frage kommt. Ich würde echt denken, für viele von euch, die sowas suchen, passt der sehr, sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.